hallo schön willkommen zu einem etwas anderen video und zwar fragt das hat mir ein texture pack gemacht weil er wieder lust hatte und da habe ich ihn gefragt ob er eins machen kann und ja er hat mir eins gemacht und ihr seht jetzt mal wie es so aussieht und zwar erst mal die Ärzte die haben hier so ein flare die sind so animiert halt hier so blitze und ja die sind halt für UC so umrandet und so ein bisschen luklar dann gehen wir hier weiter das feuer lava spinnetze ich finde spinnetze nice weil die heißt also das so dass die halt besser sieht also man sieht ja gut hier das feuer ist so blau gestalten und hier die armor die sind leder gold ketten eisen dir ich finde die die und die sehen am besten aus hier sieht man nochmal dass die so ein ghost effekt haben aber nur die dir sachen haben das dann gehen wir weiter ah ja alles ist hier durchsichtig so die schwerter ich finde die schwerter sehen auf jeden fall sau nice aus muss ich einfach so sagen achso das sind die vorhanden also 16 mal 16 hier ich finde die schwerter einfach so nice hier alten schwert die ja schwert die sind so geil aus hier sieht man die nochmal so dann gehen wir mal weiter so bogen man sieht ja rot blau grün hier ist noch sound defekte dabei so hier die ange die ist auch so ein bisschen links da also halt wie soll ich das sagen gemacht also mit einer farbe geändert dann gehen wir weiter äh feuer habe ich ja gerade schon gezeigt dann kommt die ender perle halt normal enchantment table ist auch normal aber die partikel halt nicht portion of strange portion of rebring up portion of farming sind alle also diesen boah die effekte sind auch alle animiert und die mapper packt gerade hallo hä leute das packt gerade ein bisschen da der gold abfeld der sieht mega nice aus finde ich da dann äh die kekken das ist halt alles die folgt dann gehen wir mal weiter also hier alles ist durchsichtig wirklich alles hier auch das sind und bobby junior äh dingster ähm bet dann noch ähm äh das wasser feuer und wir gehen mal in den game out natürlich ja auch als anime also halt dingster ja erstmal kennt ihr noch nachts angucken und tag dann gehen wir mal hier so und hier seht ihr die äh effekte also lol leute ich hatte schon mal und ich weiß nicht warum da leute ich werde sterben man was ist das so hier guck man sieht ja die critical sehen auf jeden fall sehr nice aus und ich stelle auch das texture pack zum download wer es haben will weil ich finde es auf jeden fall so nice oder kann ich wieder game out okay die map backt irgendwie rum auf jeden fall ähm das texture pack ist ein download aber da ist noch eine datei weil das fractors gemacht hat und man muss ihn halt verlinken ich finde es nicht dreist oder so weil er hat sich halt übel zu viel müde gegeben und ja ähm wenn es euch gefallen hat lasst es positiv werden da und download wie gesagt in der video beschreibung wenn ihr mich jetzt über youtube mögt dann lasst ein abo da und ich würde sagen es hier euch im nächsten video wieder tschau tschau